Wir haben hier einen Zuhörer in der Füße. Schaffen, 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 Schmammel. Oh, ja, Schau, Sie kriegen die Wüste da. Ne, da sind Sie okay. Das ist ja gut, ja, da sind Sie erstmal auf dem Bild von all diesen Leuten. Da bekommen wir auch die Füße. Erschrecken Sie sich hier bitte nicht, dass Sie zurücktreten und runterfallen. Sie sind okay, aber das ist nicht zurückreden, ja? Das sind Eisenrohre hier von verschiedenen Längen, 6 bis 10 Meter lang, 400 Grad, selten ist heiß. Da werde man einen Eimer Wasser reinwerfen und in zwei Sekunden wegen der Temperatur unterschieben. Da kommt eine große Wasserdampfzäule raus. Manchmal sehr explosiv. Erschrecken Sie sich nicht, um Bilder zu schießen. Nicht die Kameras wegwerfen, sehr schnell sind. Wir haben eine Kabel von hierro, von 6 a 10 Meter, von einer Temperatur von 400 Grad Celsius. Wir werden einen Walde von einem Wasser in einem Wasser. Und in zwei Sekunden, um die Temperatur zu verabschieden, wird eine Wasserfläche rausgekommen. Manchmal sehr explosiv. Nicht zufrieden, um die Bilder zu ziehen. Und sehr schnell. Wir sind bereit? Vielen Dank.